Kapitel 19 Er hat das Buch auf den Esstisch des Löserens gelegt. Zwischen den Speisen. Wie ekelhaft! Er hatte den Roman jetzt seit fast einer Woche ausgeliehen und Hermione machte sich innerlich darüber lustig, wie begriffstutzig er sein musste, wenn er immer noch nicht damit fertig war. Sie hatte am Montag beobachtet, dass er während Geschichte der Zauberei darin las. Am Dienstag hatte sie ihn wieder in der Bibliothek darin lesen sehen und jetzt am Mittwoch beim Frühstück. Sie stocherte mit der Gabel in ihrem Ei und starrte ihn wütend an. Was, wenn er Kürbissaft darüber verschüttete? Dann würde sie ihn definitiv verpetzen. Sie beobachtete, wie er eine Seite umblätterte und ihr wurde klar, dass er nicht am Ende des Buches war. Er war am Anfang! Er las es ein zweites Mal? Puh! Warum sollte jemand... Sie dachte den Gedanken nicht zu Ende, denn ihr wurde bewusst, dass sie selbst dieses Buch vor Jahren in einer Woche zweimal gelesen hatte. Hermione, weißt du, wo Harry ist? Sie sah auf und bemerkte, dass es Siemers war, der ihr das über mehrere Plätze hinweg zugerufen hatte. Nein, wir reden gerade nicht mehr miteinander. Oh, okay. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Malfoy und ihr Buch. Dieses spezielle Buch hätte sie diese Woche wirklich gut gebrauchen können. Harry und Ron sprachen jetzt seit mehreren Wochen nicht mehr mit ihr. Lavendo und Pavati hatten angefangen, abends im Schlafsaal über die Jungen zu tratschen. Deshalb musste sie entweder einen Schallschutzzauber auf ihre Vorhänge legen oder mehr Zeit woanders verbringen. Das Buch wäre diese Woche die perfekte Ablenkung gewesen. Sie hatte mehrfach Hagrid unten in seiner Hütte besucht, aber man könnte nur eine begrenzte Anzahl an Malen vorgeben, man würde seine Felsenkekse genießen. Er blätterte eine weitere Seite um und es musste eine lustige Stelle sein, denn Malfoy legte einen Finger an seine Lippen, wann immer er versuchte, nicht zu lächeln. Dies hatte sie gestern bemerkt. Sie beobachtete, wie Pansy Parkinson näher an Malfoy heranrückte. Wenn sie es wagte, mit ihrer schmierigen Hand Hermeinis Buch anzufassen. Pansy beugte sich über ihn und versuchte zu erkennen, was er las. Er schob sie weg. Hermione lächelte, als Pansy einen Schmollmund machte. Malfoy stand vom Tisch auf, verdrehte die Augen in Pansys Richtung und packte seine Sachen zusammen, um zu gehen. Mit dem Buch. Hermione sah ihm wütend dabei zu. Sie stand vom Gryffindor-Tisch auf und folgte ihm hinaus. Sie verließ die große Halle und wandte sich nach links, aber die Eingangshalle war leer. Warum spionierst du mir nach, Granger? Sie drehte sich um und entdeckte Draco Malfoy. Unter einem Arm hielt er ihr Buch und den anderen Arm hielt er mit dem Zauberstab in der Hand auf sie gerichtet. Bist du fertig mit dem Buch? Er sah sie blinzend an. Dann blickte er hinunter auf das grün-goldene Buch, das er in der Hand hielt. Was? Du solltest wirklich keine Bücher am Esstisch lesen, die noch nicht einmal dir gehören. Wenn du auch nur den kleinsten Tropfen Kaffee auf die Seiten kleckerst, wird Madame Pince dir dafür den Kopf abreißen. Glaub mir! knurrte sie. Okay, dann ist es gut, dass ich keinen Kaffee trinke. Er funkelte sie wütend an und wandte sich zum Gehen um. Bist du jetzt damit fertig oder nicht? Was geht dich das an, Schlammblut? rief er über seine Schulter und ging einfach weiter. Es ist dir nicht gestattet, ein Buch länger als zwei Wochen auszuleihen. Dann kannst du es in zwei Wochen haben, schrie er sie an und drehte sich um. Es sei denn, ich leih es mir gleich noch einmal aus. Er grinste sie an und sie schnaubte. Dann wandte sie sich auf dem Absatz um und ging zurück in die große Halle. Merlin, wie sie ihn hasste! Draco Malfoy, Jungunternehmer von Rita Kimkorn Man kennt den Namen, man kennt das Gesicht, man kennt die Frisur. Was man aber über Draco Malfoy nicht weiß, ist, was er als nächstes zu tun plant. Aber ich weiß es. Draco Malfoy, Sohn des Todessers Lucius Malfoy und der prominenten Narcissa Malfoy, wurde vor gerade einmal acht Wochen vom Zauberkammort freigesprochen. Seitdem arbeitet er im Zuge seiner Bewährung für das Ministerium. Doch einmal Einzelöserin, immer Einzelöserin, konnte sein Ehrgeiz im Ministerium nicht befriedigt werden. Ich habe davon geträumt, mein eigenes Unternehmen zu besitzen. Das ist keine neue Idee. Dieser Gedanke hat mich in Azkaban bei Verstand gehalten und es war meine Motivation, weiterzumachen. Draco Malfoy hat sich mit meiner Wenigkeit zu einem exklusiven Interview getroffen, um mit mir über diese neue Unternehmensgründung zu plaudern und was diese bedeutet. Mehr dazu auf Seite 7! Hermione seufzte erleichtert auf, als sie die Zeitung am Montagmorgen öffnete. Sie war den ganzen Sonntag angespannt gewesen, bereits vor dem Besuch in ihrem Elternhaus, weil sie Angst gehabt hatte, jemand könne sie fotografiert haben, als sie am Tag zuvor Azkaban verlassen hatte. Als sie in der Sonntagsausgabe keine Bilder oder Berichte gefunden hatte, hatte sie gewusst, dass sie nur einen weiteren Tag unter dem Radar würde bleiben müssen, damit Draco seine Bekanntmachung herausgeben konnte. Als sie die Zeitung aufschlug, hatte sie Dracos Gesicht angegrinst und als sie Kim Kornes Titel darüber las, wusste sie, dass sie aus dem Schneider war. Kim Korn fuhr auf Seite 7 mit Details über das Unternehmen fort und eine Aufzählung der Dienstleistungen, welche die Malfoy-Beratungsgruppe anbieten würde. Draco war sehr offen ihr gegenüber und erklärte, wie wichtig es ihm sei, sich vom Ruf seines Vaters abzugrenzen. Sie überraschte ihn in dem Interview außerdem mit der Nachricht, dass er für das Cover der Dezember-Ausgabe der Hexenwoche ausgewählt worden sei, weil er den Preis für das charmanteste Lächeln gewonnen habe. Kim Korn schrieb weiterhin, dass er dem gütigerweise zugestimmt habe. Sie verstand vielleicht nicht, warum er in ihrem Haus gewesen war oder warum sein Blut an ihrer Wand war, aber sie wusste, dass sie mit Lucius Malfoy praktisch die Abmachung getroffen hatte, dass sie dem Erfolg von Dracos Unternehmen nicht im Weg stehen würde. Ein Zeitungsartikel über Dracos unbegrenzte Möglichkeiten und seine Zukunft, in dem sie nicht erwähnt wurde, war eine gute Neuigkeit. Sie seufzte. Ginny würde heute Abend nach Hause kommen und sie würde ihr erklären müssen, dass sie gestern allein in ihrem Elternhaus gewesen war. Der Anblick der roten Buchstaben ging ihr durch den Kopf und Hermione schüttelte sich, um das Bild loszuwerden. Irgendwann während des Krieges war Draco Malfoys Blut an ihre Wohnzimmerwand gespritzt worden. Sein reines Blut. Sie runzelte die Stirn. Sie konnte sich keinen Grund vorstellen, warum er sein geliebtes Blut vergießen sollte. Aber der Satz klang nach ihm. Nach Draco Malfoy, wie sie ihn aus Hogwarts kannte. Sie warf die Zeitung in den Papierkorb und verließ die Wohnung. Es war noch viel zu früh, um zur Arbeit zu gehen. Die zwei freien Tage bei Cornerstones hatten ihren Rhythmus ziemlich durcheinandergebracht und sie sehnte sich nach der Kontinuität der Arbeit. Sie bahnte sich ihren Weg durch ein bereits vor Geschäftigkeit brummendes Atrium, nahm den Fahrstuhl in das vierte Stockwerk und schlenderte glücklich durch die leeren Gänge der Abteilung für magische Geschöpfe. Als sie an ihrem Schreibtisch angekommen war, fand sie dort ein Memo, das sie an sich selbst geschrieben hatte. Sie hatte heute eine Anhörung vor dem Zaubergermord. Oh, wie wunderbar! Jonathan Jaxons lebenslängliche Freiheitsstrafe sollte heute erneut verhandelt werden, denn er behauptete, er habe unter dem Imperiusfluch gestanden, der ihn dazu gezwungen habe, an dem Kampf in der Mysteriumsabteilung teilzunehmen. »Netter Versuch, Jackson«, dachte Hermione und lächelte grimmig. Als sie zehn Minuten später Mathildas Schuhe auf deren Büro zuklappern hörte, atmete Hermione tief durch und ging zu ihr. »Matilda?«, sagte sie von Mathildas Türrahmen aus. »Granger, guten Morgen!« Mathildas Bluse hatte einen offenen Knopf und ihre Haare standen merkwürdig vom Kopf ab. Hermione hätte denken können, sie komme gerade von einem Stelldich ein, wenn dies nicht Mathildas übliches Aussehen gewesen wäre. Mathilda ließ die Akten, die sie auf dem Arm trug, auf den Schreibtisch fallen. »Du bist früh hier!« »Ja, ich wollte dich daran erinnern, dass ich um zehn eine Anhörung im Zaubergemord habe.« »Ist gut, ist gut!« Mathilda schüttelte sich aus ihrem Mantel und warf ihn in Richtung des Sessels in der Ecke, verfehlte ihn aber. »Und ich würde gern mit dir sprechen, wenn du in der Arbeit angekommen bist.« »Ja, ja!« Mathilda setzte sich auf ihren Stuhl. »Ich bin angekommen. Ist irgendwas nicht in Ordnung?« »Nein, ganz und gar nicht«, sagte Hermione und setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber. »Ich habe gehört, dass Rosenberg in den Ruhestand geht.« »Ja, wie aufregend für Rochelle! Sie hat sieben Enkelkinder. Wusstest du das?« Mathilda streckte die Hand nach einer Schreibfeder aus und warf dabei das Tintenfass um. »Nein, tatsächlich wusste ich das nicht.« Sie sah zu, wie die Frau ihr gegenüber die verschüttete Tinte verschwinden ließ und ihre Feder in das Fass tauchte, um H.G. 11.08.1999 oben über eine Pergamentrolle zu schreiben. »Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich vorhabe, mich auf den Posten zu bewerben.« Mathilda sah sie an. »Wirklich?« »Ja«, erklärte sie. »Du weißt, dass die Rechte von Hauselfen eine Leidenschaft von mir sind und ich hoffe, du ziehst mich in Betracht, wenn die Stelle ausgeschrieben ist.« Mathilda nagte an ihrer Unterlippe und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Damit würdest du aber in keine höhere Position aufsteigen.« »Nein, aber es wäre trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung.« Mathilda nickte, beugte sich wieder vor und schmierte Notizen auf ihre Pergamentrolle. Hermione fragte sich, ob das alles war. »Rochelle hat 40 Jahre lang an diesem Schreibtisch gesessen. Hast du das gewusst?« Mathilda setzte einen T-Strich und sah sie wieder an. »Nein, das wusste ich nicht.« »Sie ist dir sehr ähnlich, leidenschaftlich in Bezug auf Hauselfen. Sie hat über diese 40 Jahre jedes Angebot einer höheren Position abgelehnt, weil sie sich nicht von ihnen losreißen konnte. Sie hat sich dort häuslich eingerichtet.« Mathilda faltete ihre Hände vor ihrem Körper. »Ich fände es absolut bedauerlich, wenn auch du dich auf dieser Position häuslich einrichten würdest, Hermione.« Hermione sah sie blinzelt an. »Ich... ich verstehe. Ich habe vor, mich danach auf höhere Positionen zu bewerben, wenn diese frei werden.« »Aber nur in der Hauselfen-Neuzurteilung?« »Ich... na ja«, Hermione schluckte. »Ich denke, mein kurzfristiges Ziel war immer die Neuzurteilung, ja, aber...« »Was ist dein langfristiges Ziel, Hermione?« Hermione öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Mathilda fuhr fort. »Wusstest du, dass Millicent Begnault in fünf der sieben Abteilungen des Ministeriums gearbeitet hat, bevor sie zur Ministerin gewählt wurde?« Grimtur hat in der Abteilung für Transportwesen angefangen und sich dann seinen Weg hinauf durch die gesamte Abteilung für magische Strafverfolgung gearbeitet, bevor er die Leitung der Aurora-Zentrale übernommen hat. Leonard Spencer Moon hat als Praktikant in der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen gearbeitet, bevor er in die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit aufgestiegen und dann über die Abteilung für magische Strafverfolgung in das Büro gegen den Missbrauch von Muggel-Artefakten gewechselt ist. Mathilda lächelte sie an. Alle genannten Zauberer waren ehemalige Zaubereiminister beziehungsweise einamtierender Zaubereiminister. »Es wäre klug, Hermione«, flüsterte Mathilda, »wenn du andere Abteilungen in Betracht ziehen würdest, während du dich hocharbeitest. Es wird dir am Ende nur helfen.« »Am Ende? Wo wollte Hermione Granger enden?« »Das ist definitiv etwas, worüber ich nachdenken werde, Mathilda.« »Danke.« »Ich möchte, dass du weißt«, sagte Mathilda, stand auf und begann, Regalfächer zu öffnen und Akten herauszuziehen, »dass Roberts ziemlich beeindruckt von dir ist.« »Kawain Roberts?« »Ja«, sagte sie und ließ noch mehr Akten auf den Schreibtisch fallen. »Draco Malfoy wird das Ministerium im Dezember verlassen.« »Ausgezeichneter Artikel in der Zeitung heute Morgen übrigens.« »Hattest du die Möglichkeit, ihn zu lesen?« »Äh, ja.« »Nun ja, Roberts hat geplant, Malfoy-Stelle zu einer Vollzeitstelle für einen leitenden Analytiker zu machen.« Sie lächelte sie an. »Er hofft darauf, dass du dich für diese Stelle bewirbst.« »Leitender Analytiker?« »Das konnte man nicht als einen Schritt auf der Karriereleiter ansehen.« »Das war, als überspringe man die ersten paar Sprossen.« »Okay, das ist definitiv etwas, worüber ich nachdenken werde«, sagte Hermione, und ihr war leicht schwindelig. Sie dankte Mathilda für deren Zeit und kehrte zu ihrem Schreibtisch zurück, während sie über die Stelle nachdachte. Dort würde sie häufiger mit Harry zusammenarbeiten. »Und mit Katie Bell!« Aber es hatte nichts mit Hauselfen oder magischen Geschöpfen zu tun. Sie hatte gerade erst ihren ersten Erfolg mit dem Chimäan-Projekt in ihrer gegenwärtigen Position erreicht. Zehn Minuten später runzelte sie immer noch die Stirn und wog in Gedanken die Pros und Kontras ab, während sie den Fahrstuhl rief, um nach unten in die Gerichtssäle zu fahren. Der Fahrstuhl kam an, die Gitter öffneten sich, und... Drake Malfoy stand darin und lehnte sich gegen die Wand. Ihr gefrohrt aus Blut in den Adern. Sie hatte ihn in den vergangenen drei Stunden vollkommen vergessen. Wie schön das doch gewesen war! In seinem Blick lag dieselbe Überraschung und dasselbe Misstrauen wie beim letzten Mal, als sie ihn gesehen hatte. Im Haus der Malfoys, als sie davon gelaufen war. Sie biss die Zähne zusammen und trat zu ihm in den Fahrstuhl. Als die Gitter sich schlossen, konnte sie spüren, wie er sie beobachtete. Was wusste er von ihrem Treffen mit Lucius? Wusste er von Narcissas Plan? Oder war er immer noch vollkommen ahnungslos? Was hatte Narcissa ihm erzählt, nachdem sie weggelaufen war? Hatte sie ihm erzählt, dass Hermione ihn zurückgewiesen hatte? Und spielte das überhaupt eine Rolle? Nicht ihr Ex-Verlobter. Ihr Kollege. Guten Morgen, sagte sie. Es war zu viel Zeit des Schweigens vergangen, bevor sie ihn begrüßt hatte. Der Fahrstuhl wurde langsamer, um im fünften Stock zu halten. Sie wusste nicht, ob sie fluchen sollte, weil die Fahrt ewig dauern würde, wenn der Fahrstuhl in jeder Etage hielt, oder vor Erleichterung aufseufzen, weil das bedeutete, dass andere ihnen Gesellschaft leisten würden. Als die Türen sich öffneten und sie Aiden O'Connor erblickte, der gerade in einen Apfel biß, kam Hermione das Gefühl, dass irgendjemand es heute auf sie abgesehen hatte. Hallo, murmelte Aiden um seinen Apfel herum. Malfoy, toller Artikel heute. Das ist unglaublich aufregend, oder? Danke, ja. Seine Stimme klang angespannt. Aiden redete weiter. Reden war sein charakteristisches Merkmal. Als die Fahrstühle kurz vor dem Atrium wieder langsamer wurden und Aiden immer noch redete, hätte Hermione fast gegrinst. Es war gleich überstanden. Aiden verließ den Fahrstuhl und warf einen Blick über seine Schulter zurück. Musst du hier raus? Nein, ich muss nach unten zum Zauberkermatt, sagte Draco. Mist, Mist, Mist! Ähm, ich auch, erwiderte sie. Aiden winkte und biss wieder in seinen Apfel, während die Türen sich schlossen und sie weiterfuhren. Sie hörte Draco Luft holen, um etwas zu sagen, doch sie kam ihm zuvor und schnitt ihm das Wort ab. Es war wirklich ein ausgezeichneter Artikel, sagte sie. Kimcon hat ihre Arbeit wirklich wunderbar gemacht, als sie die Malfoy Consulting Group der Zaubererwelt vorgestellt hat. Sie sah ihn nicht an. Danke. Und herzlichen Glückwunsch zur Hexenwoche, kicherte sie. Der Fahrstuhl kam im zehnten Stockwerk an. Er hielt ihr die Türen auf. Sie hielt ihren Blick festgerade ausgerichtet auf die Eichentür am Ende des Flures. Ihre Schritte halten auf dem Steinfußboden wieder, und sie fragte sich, ob er zu früh oder zu spät zu seinem Termin vor dem Zauberkermatt war. Denn sie war fünf Minuten zu früh. Bitte, lass ihn nicht fünf Minuten hier stehen und darauf warten, dass sein Name aufgerufen wird. Er beobachtete sie wieder. Sie blieben stehen, nachdem sie den Flur zu etwa drei Vierteln hinuntergegangen waren, ungefähr an der Stelle, an der sie das letzte Mal gestanden hatten, als sie gemeinsam hier gewartet hatten. Beim letzten Mal hatte sie es bereut, sich ihm gegenübergestellt zu haben und somit gezwungen gewesen zu sein, ihn oder den Fußboden anzusehen. Er blieb stehen und lehnte sich gegen die rechte Wand. Sie entschied sich dafür, ihm dieses Mal etwa zwei Meter entfernt an seiner Wandgesellschaft zu leisten. Es war so viel schlimmer, als ihm gegenüber zu stehen. Sie konnte ihn nicht sehen. Sie konnte ihn spüren. Er konnte sie spüren, wie er sie beobachtete. Beim letzten Mal, als sie sich diesen Flur geteilt hatten, hatte er sie beschuldigt, dass sie versuchen würde, alle Todesser zu befreien. Er hatte ihr vorgeworfen, eine lebenslange Schuld geschaffen zu haben, dafür, dass sie ihm Gamott für ihn ausgesagt hatte. Er hatte sie gegen genau diese Wand gedrückt und ihr mit heißem Atem wurde über Auktionen und Galeonen und Jungfräulichkeit ins Gesicht gezischt. Du warst gestern nicht bei Cornerstones. Ihr stockte der Atem. Sein Blick war auf sie gerichtet. Deshalb traute sie sich nicht, sich zu bewegen. Stattdessen konzentrierte sie sich darauf, Atem zu holen. Nein, ich war krank. Sie starrte an die gegenüberliegende Wand und hielt den Kopf hoch. Konnte Mordi dir helfen? Er schwieg, und sie war sich sicher, dass, wenn sie ihn ansehen würde, er ihren Blick mürrisch erwidern würde. Er war also am Tag, nachdem sie aus seinem Haus weggelaufen war und sich geweigert hatte, ihn zu heiraten, zu Cornerstones gekommen. Eine Stimme in ihrem Kopf kicherte über diese vereinfachte Darstellung der Situation. Was hatte er von ihr gewollt? Ein weiteres, als geschenkverpacktes Buch für eine weitere Freundin? Aus den Augenwinkeln konnte sie sehen, wie er sich ganz ihr zuwandte und einen Fuß über den anderen legte. Oder vielleicht um sich zu entschuldigen? Oder etwas klarzustellen? Oder um sie weiter zu verwirren? Wahrscheinlich letzteres. Ich habe gehört, du warst bei meinem Vater. Sie schloss die Augen. Kollege, Kollege, Kollege. Ja, sagte sie. Es war sehr nett von ihm, mich treffen zu wollen. Sie wollte mit einer durchdachten Erklärung fortfahren, wollte lügen oder die Wahrheit umschiffen. Oder sich an die 45 Sekunden netter Konversation mit Lucius halten, die sie gehabt hatten. Aber dann fiel ihr das Blut an ihrer Wand ein. Genau genommen schuldete sie ihm nichts. Sie hörte Dracos Knöchel zu ihrer rechten Knacken. Und sie nahm seine Umrisse wahr, als er sich die Haare zurückstrich. Er war beunruhigt. Oh, wie wunderbar! Sie hielt ihren Blick festgerade ausgerichtet und sagte nichts weiter. Er drückte eine Hand gegen die Wand und stellte seine Füße wieder nebeneinander. Und war es ein netter Besuch? Absolut nett. Sie dachte darüber nach, ihre Nägel in seiner Anwesenheit zu betrachten, hielt das dann aber für eventuell zu gefühllos. Ich habe ihn nie wirklich kennengelernt. Sie wandte sich zu ihm um und sagte mit einem aufgesetzt freundlichen Blick. Ihr seid euch sehr ähnlich. Sein linkes Auge zuckte und sie dachte an die Zeitung in ihrem Papierkorb zu Hause, die hartnäckig darlegte, wie sehr Draco sich von seinem Vater distanzieren wollte. Ihr Mund verzog sich zu einem leichten Grinsen, obwohl sie versuchte, es zu verhindern. Er sah es und spannte die Kiefernmuskeln an. Dann trat er einen Schritt auf sie zu. Wenn ich von diesem Treffen gewusst hätte, hätte ich es verhindert. Sie hielt seinen Blick stand. Er war drei Schritte von ihr entfernt, aber sie hatte trotzdem das Gefühl, als gäbe es plötzlich kaum noch Sauerstoff in diesem Flur. Genau wie beim letzten Mal. Meiner Mutter gefällt es, sich in Dinge einzumischen, die sie nichts angehen. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest. Eine Entschuldigung? Eine Entschuldigung? Wofür? Für den ungerechtfertigten Heiratsantrag? Für den Stress, den er ihr bereitet hatte, überhaupt mit Lucious Malfoy zusammenzutreffen? Für die vorgetäuschte freundschaftliche Beziehung, von der sie geglaubt hatte, dass sie diese wirklich mit Narzissa Malfoy haben würde? Er gab immer noch keine Antworten. Ich weiß nicht, was er zu dir gesagt hat, aber... Warum ist dein Blut an meiner Wohnzimmerwand? Sein Mund war mitten im Satz stehen geblieben und er sah sie blinzelnd an und sein Blick tanzte zwischen ihren Augen hin und her. Sie nagelte ihn mit ihrem unnachgiebigen Blick fest. Sie beobachtete, wie er den Mund schloss und schluckte. Miss Granger? Ein korpulenter Mann streckte seinen Kopf durch die Eichentür. Sind Sie fertig? Ziemlich. Sie drückte sich von der Wand ab, ging zu der Tür und ließ Draco zurück. Erzähl mir nochmal genau, was da stand. Hermione seufzte und rieb sich über die Stirn. Sie saß am Esstisch, während Ginny im Wohnzimmer auf und ab ging und dabei ihre Hände knetete. Harry kochte in der Küche das Abendessen und streckte hin und wieder den Kopf ins Zimmer. Sie hatte vergessen, wie ihr müden Teamrecherche war. Sie musste immer wieder Sachen und Dinge erklären und nacherzählen, die für sie ganz klar waren. Schlammblut, du kannst weglaufen, aber sie können sich nicht verstecken. Und wie groß waren die Buchstaben? Ginny änderte ihren Kurs und umrundete jetzt den Couchtisch. Hermione streckte die Hände aus, um die Größe zu veranschaulichen. Harry schob den Kopf aus der Küche, um es auch sehen zu können. »Das ist ziemlich viel Blut«, meinte Harry. »Wem sagst du das?«, lachte Hermione. »Nein, ich meine...« Harry kam ganz aus der Küche, einen Soßenlöffel in der Hand. »Draco Malfoy hat seine kostbare Haut aufgeschnitten, eine kostbare Vene durchtrennt und so viel von seinem kostbaren Blut verloren.« »Weshalb?« »Nur, um dir Angst zu machen?« Ginny nickte und umrundete weiter den Tisch. Den Blick hatte sie auf den Boden gerichtet. Es war seltsam, sie statt Ron hier zu haben. Normalerweise saß Ron einfach still da und aß etwas. Und Hermione fand alles allein heraus. »Und das war alles?«, fragte Ginny. »Ich habe den Rest des Hauses abgesucht und keine weiteren Botschaften gefunden. Es gab keine Flüche, nur Muggelabwehrzauber.« »Ich muss diese Wand sehen.« Ginny kratzte sich am Kopf und änderte dann wieder ihren Kurs, um geradewegs in Hermeinis Zimmer zu gehen. Harry verschwand wieder in der Küche. Hermione nahm ihre Kaffeetasse in die Hand und wollte gerade einen Schluck nehmen, als Harry wieder auftauchte. Er sah stirnrunzeln zu Boden und hatte die Arme verschränkt. »Ginny mag weg gewesen sein, aber ich war hier.« Er sah sie an. »Du hättest nicht allein gehen sollen. Wir sind immer noch ein Team.« Hermione blinzelte. »Ich...« »Es tut mir leid. Ich wollte nur...« Sie sah zu Boden. Er war enttäuscht. »Ich wollte für mich allein sein, wenn ich in mein Elternhaus zurückkehre.« Harry nickte und sagte, »Ich habe dir erlaubt mitzukommen, als ich in mein Elternhaus zurückgekehrt bin.« Er ging in die Küche zurück und sie hörte es in einem Topf blubbern. Sie starrte an die Stelle, an der er verschwunden war und dachte an Godric's Hollow, bis sie Ginny's kappernde Schritte hörte, als diese ins Wohnzimmer zurückkehrte. »Du sagtest, Muggelabwehrzauber.« »Aber warum?« Ginny lief wieder im Wohnzimmer hin und her. Hermione schüttelte ihre Schuldgefühle ab und drehte sich zu dem Rotschopf um. »Ich... ich weiß es nicht.« »Und du hast keinen auf das Haus gelegt, als du es damals verlassen hast?« »Nein! Ich hatte angenommen, das Haus würde verkauft werden«, sagte sie und hob ihre Tasse wieder an. »Es wäre aber möglich, dass die Zauber, die ich auf meine Eltern gelegt habe, dazu geführt haben, dass sie ihre Sachen packen und das Land verlassen haben, ohne daran zu denken, das Haus zum Verkauf anzubieten. Ich habe dafür gesorgt, dass sie das zwingende Bedürfnis haben, innerhalb von einer Woche nach Australien zu ziehen.« Harry tauchte wieder aus der Küche auf und ließ drei Teller mit Pasta und Gemüse zum Tisch schweben. »Vielleicht könnten wir aufhören, über das Blut an der Wand zu sprechen.« Harry nickte in Ginnies Richtung, die immer noch auf und ab ging und ihre Halswirbel knacken ließ. Vor Herminies innerem Auge tauchte das Bild des Blutes vor dem Badezimmer der Maul in der Myrte auf. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Die blutigen Buchstaben, die Ginny geschrieben hatte, als sie besessen gewesen war. Hermione hatte das vollkommen vergessen und jetzt musste Ginny das Irritwegen alles noch einmal durchmachen. »Ich bin kein Porzellanpüppchen, Potter«, sagte Ginny und sah ihn finster an, während sie sich an den Tisch setzte. »Ich möchte das genauso sehr herausfinden wie Hermione. Also lass mich helfen.« »Nein, Harry hat recht. Wir können mal eine Pause machen.« Hermione nahm sich ihre Serviette und begann zu essen. Es herrschte Schweigen. »Was hat er gesagt, als du ihn gefragt hast?« Sie sah vom Teller hoch. Ginny aß nicht. Sie blickte stattdessen stirnrunzelnd den Tisch an. »Nichts. Ich meine, es war auch nicht direkt eine Frage. Es war mehr eine Feststellung.« Sie lächelte. »Ich habe keine Antwort erwartet.« »Glaubst du, er würde dir die Wahrheit sagen, wenn du ihn wirklich danach fragen würdest?«, fragte Harry. »Nein!«, antworteten Ginny und Hermione gleichzeitig. »Er hat auch behauptet, er habe nichts von deinem Treffen mit Lucius gewusst?«, fragte Ginny. »Ja, er sagte, er hätte es verhindert, wenn er es gewusst hätte.« Ginny rieb sich über die Stirn. »Das ist zum Verrücktwerden.« Hermione lachte. »Klaub mir, das weiß ich. Aber lass es jetzt gut sein, Ginny. Ist etwas.« »Ich will wissen, was in diesem dummen, blonden Kopf vor sich geht.«, schimpfte Ginny und stapfte mit dem Fuß auf. Hermione lächelte. »Es ist wirklich schade, dass wir keine Kontakte zum Zaubergemott haben,« sagte Harry und führte seine Gabel mit aufgedrehter Paste zu seinem Mund. Ginny und Hermione sahen ihn an. »Warum?« »Na ja, das Zaubergemott hat die Erinnerungen angesehen, die er zur Verfügung gestellt hat. Darin könnte man vielleicht einige Antworten finden.« Harry kaute und sah dabei auf seinen Teller. »Erinnerungen?« fragte Hermione. »Ja,« sagte Harry mit vollem Mund. »Er hat am Tag, an dem er auf freien Fuß gesetzt wurde, Erinnerungen zur Verfügung gestellt. Die Zeugenaussagen und die Erinnerungen waren der einzige Grund, warum er freigelassen wurde. Erinnerungen, die entweder seine Unschuld bezeugten oder dabei halfen, andere Todesser zu verurteilen. Er sah die beiden Frauen an. Er sah die beiden Frauen an. »Das habe ich euch doch erzählt.« »Nein,« meinte Ginny, »ich glaube nicht, dass du das getan hast.« »Oh«, kam es achselzuckend von Harry. »Okay, gut. Ich hätte es euch nicht erzählen sollen. Ich sollte es euch immer noch nicht erzählen.« »Und wo sind diese Erinnerungen jetzt?« Harry drehte eine weitere Portion Pasta auf seine Gabel. »Wahrscheinlich im Büro des Zaubergammertarchivs. Dort werden sie archiviert.« Ginny sah Hermione an. Sie zog eine Augenbraue hoch. Hermione spürte ihr Herzklopfen und sie wusste nicht, warum. »Und«, sagte Ginny langsam, »welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es im Büro des Zaubergammertarchivs? Flüche? Passwörter?« Wechselnde Passwörter und zwei Auroren stehen in wechselnden Schichten Wache. Harry wischte sich den Mund ab. Er griff nach einem Wasserglas. »Und«, fragte Ginny, »wann ist deine Schicht?« Harry sah die beiden Frauen über den Rand seines Wasserglas hinweg an. Seine Augen wurden groß. Dann sah er auf einmal sehr erschöpft aus. Er stellte das Glas ab und sah finster auf die Tischplatte. »Oh, verdammt!« »Und«, fragte Ginny«, »wann ist deine Schicht?« »Und«, fragte Gži täglichen, »wann ist deine Schicht?« »Und«, fragte Gũi? »Und«, fragte Gũi – »wann ist deine Schicht?« Vielen Dank.